So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal RamsesDerDicke, aber eigentlich ist es eine ISWO-Folge. Denn der ISWO hat gesagt, er will unbedingt mal Münchner Biere testen. Kommen wir schon, hier sind verschiedene. Das ist der ISWO. Hallo. Er hatte die Idee Münchner Biere zu testen. Hier in München. Das ist der Erwin, den kennt ihr vielleicht aus dem Q-Ass-Video. Hi. Das ist der Hausbewohner hier, der hier wohnt in dem Haus und dem gehört auch dieser Tisch. Und auf diesem Tisch haben wir jetzt 10 Münchner Biere, wo man nicht mal garantieren kann, dass die alle aus München sind. Der Tisch hat krumme Beine. Eins ist letztens schon abgefallen, halb egal. Ich habe die jetzt sortiert nach Alkoholgehalt. Das werdet ihr gleich sehen. Wir werden das vorlesen. Wir werden das mal kurz zeigen und alles. Und ich will jetzt gleich mal direkt nicht lang hier, sondern mal anfangen. Die Gläschen auf dem Tisch und alles. Und ihr sagt hier, wie das schmeckt und alles. Nicht viel gemacht. Einfach nur bam, bam, bam. Denn das erste Bier, was wir haben, ist aus Paulaner München. Das klingt auf jeden Fall so, als hätte das was mit München zu tun. Also das könnte man probieren. Isar Weißel. 3,4 Prozent. Also ein Alkoholfreis. Gut. Nehmen wir trotzdem mit. Stellen wir mal kurz hier so ab. Die Kinnis. Machen das hier gemütlich auf. Ist bestimmt nicht jeder drauf. So. Füllen das mal alles hier irgendwie ein. Und es sind nicht zehn, sondern nur neun. Ja. Und es ist zehn Biere. Schreiben wir in den Titel. Weil es sind nämlich nur neun. Da merkt ihr, je mehr Bier ihr trinkt, desto weniger könnt ihr rechnen. Und deswegen. Oh, eine Lavalampe haben wir gebastelt. Das sieht aber auch gut aus. Es ist schwer, immer abzuschätzen. Oder? Oder? Man muss beim nächsten Mal anders anfangen einzuschenken, glaube ich. Dann ist das besser. Du müsst ja einschenken. Ja, das kann jetzt nicht immer gerecht zugehen. Sag mal. Hier ist eh nur Schaum in der Vase. Ihr kriegt eure Becher. Das ist alles schwer einzuschätzen. Ihr fangt einfach mal alle an zu trinken. Und sagt dann, was ihr davon haltet. Ansonsten stelle ich euch nämlich hier in die Ecke. Das sieht man vielleicht ein paar Leute. Oder auch nicht. Ja, da ist der Isbo. Hallo. Vielleicht bin ich hier irgendwo. Reicht das so. So. Let's go. Prost. Einfach in die Luft. Fertig. Prost. 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 Das ist so ein Weißbier. Das schmeckt noch deutlich raus. Aber es ist eher noch so. Ein sehr mildes Weißbier. Ein mildes? Ja, es ist ja auch alkoholfrei. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt hier noch einen Pudding im Glas übrig. Was eigentlich? Schmeckt genauso wie das komische 0,0. Gerade berglos schmeckt es irgendwie. Also, Für die mildere Generation. Nach dem Schweinebraten kann man schon was trinken suchen. Nach dem Schweinebraten, ich versuche immer noch diesen ganzen Schaum herauszukriegen. Ich denke mal, das liegt am Quast. In der Hafen ist ein dunkles Weißbitt drin. Ich meine halt als Digestiv am Ende. So, dann haben wir nämlich, weil wir müssen ja immer direkt trinken, dann das nächste und das nächste ist ein Kimsa. Wusste ich, dass man da korrigiert wird. Da sieht man auf jeden Fall hier diesen Berliner Brezelbären, der wohl für Bayern steht. Und deswegen steht er auch gebraut in Rosenheim. Am Inn ist auch ein helles, bitte Rückseite beachten. Da gucken wir jetzt also nicht drauf, sonst steht da wieder, dass da was scharfes drin ist. Das lassen wir jetzt weg. Aber da sieht man, dass hier ist schön bayerisch. Wenn du hier Brezeln kaufst, hast du ja auch immer dieses blaue Dings da drauf. Ja, Mann. Ja, Mann. Das hat 4,8. Oh mein Gott, das ist ja schon Doppelbock im Vergleich zu dem, wenn du das so nimmst. Ansonsten machen wir das mal ganz kurz auf. Das ist mein Lieblingsbier auch zur Seite. Also sehr, sehr lecker. Okay. Wie spricht man es jetzt nochmal richtig an? Chiemseher. Chiemseher. Seht ihr auch Chiemen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich brauche mal eure Gläschen, damit ich wieder versuchen kann. Jeden... Erwin hatte vorhin am wenigsten sein Lieblingsbier. Das heißt, er kriegt jetzt den ersten richtigen, dicken... Deftigen. Man sieht aber auch wieder trotzdem... Man kann es schlecht einschätzen. Einmal hier. Einmal da. Puh. Eine kaum vor dir. Hannes kriegt erstmal einen kleinen Spuckschluck. Ja, ja. Damit wir gucken... Oh mein Gott. Das passt immer. Das sieht ja immer komisch aus. Das ist ja auch wieder breiter, das ist wieder dünner. Und das ist wieder kleiner. Es ist jedes Mal wieder ein neues Experiment. Jetzt sieht es aus, als wäre der Isbo am meisten. Erwin, willst du noch den Rest? Sehr gerne. Kommt doch was raus. Ja, dankeschön. Und der Schaum. Jetzt verteilen wir es wieder an die Hood. Wundervoll. Es ist ein schöner sommerlicher Abend, muss man dazu sagen. Deswegen... Oh ja. Es ist total heiß. Prost. Trinkt euch rein. Ich zeig euch nicht. Ich sauf nur. Auf geht's. Auf geht's. Auf rein. Hell ist es immer gut. Schmeckt man den Alkohol gar nicht. Ist ja genauso mild wie das erste. Es geht rein du. Es ist bestimmt ein gutes Trinkbeer. Der Bruder von Mutter würde er unserer Gurkenburgigerfreund sagen. Ja. Grüße. Grüß den mal. Grüße gehen raus an den Gurkensohn. Wann kommst du wieder? Wir vermissen dich. Wenn ihr wisst was mit Gurkensohn ist, schreibt es in die Kommentare. Der Erwin ist schon ganz traurig. Seitdem er hier ist, erzählt er nur noch vom Gurkensohn, weil es ihn so betrifft. Und vom... Okay. Nee, wir bleiben beim Gurkensohn Thema. Immer beim Gurkensohn. Wobei ihr so fleißig am trinken seid. Machen wir gleich mal das nächste. Wir haben nämlich hier ein Münchner Hell von Hagerbschor. Münchner Hell von 1516. Der Himmel der Bayern. Da seht ihr wieder hier dieses Bläule, was alles hier so reingeht ins Gesicht. Das ist eigentlich beim Oktoberfest die... Das hat... Fünf Prozent. Fünf Prozent. Ist wohl. Ich habe nur eine Hand. Kannst du es mal wieder aufschließen? Wir haben gerade schlechte Hände. Du hast gerade schlechte... Achso, ja stimmt. Kriegst du es hin trotzdem. Okay. Der Iswa hat sich nämlich gestern... Warte, warte. Das ist noch... Jetzt geht es gleich um den Platsch. Von Paulana. Machen wir es nochmal. Ja. Das war's. So, das war wunderbar. Ist was so. Besser hätte ich es auch nicht hingekriegt. Ich brauche eure Gläschen wieder. Das war schon auch. Jetzt gehen wir mal hier drüben. Machen wir mal wieder diesen. Wir machen mal wieder... Okay. There it is. There it is. Ich glaube, wir sollten den Videotitel Geschichten aus dem Paulaner Balkon nennen oder so. Von Paulas Balkon. Ja, da freut sich die Paula, wenn der Balkon hier mit reingebracht wird. Ansonsten hier. Sag mal Iswa, wieso ist denn da so viel Eis jetzt in deinem Glas? Was machst denn du da? Wieso ist denn da so viel Eis jetzt in deinem Glas? Was machst denn du da? Wieso? Ich weiß nicht. Es sieht gerade so. Was für ein Chinesen? Ja, die Paulaner-Wärmung halt. Die Schicht aus dem Paulaner-Wärmung. Anders, ich glaube, dein Tisch tropft. Das macht nicht. Lass ihn tropfen. Solange ihr nicht nass werdet, passt's. So sieht das gut aus. So muss man nämlich das Bier einschenken. Dann wird es wieder verteilt an die Community hier. Dankeschön. Und dann kriegt der Meister wieder seinen Crew. Ich bin Braumeister für die Gaben. Ich würde euch sagen, Prost hier in die Runde. Auf die Kini. Dass man euch das sieht. Prost. Auf die Dicken. Auf die Dicken. Auf die Dünnen. Auf die Guder-Sehnen. Auf die wenige Guder-Sehnen. Und auf das Bier. Also die Bantine hier, die ist schon echt toll. Die finde ich sehr gut. Die Kmakke ist es sehr gut. Ich fand den Kims auch besser. Ich finde es hat so eine leicht süßliche Note ein bisschen. Ich fand den jetzt besser. Dann schiebe ich den jetzt in deine Richtung. Den schiebe ich in meine. Beim Eingang in den Mund. Das ist eine leicht süßliche Note. Auch euch schmeckt ja immer nur, wenn es mehr Promille hat, dann ist es automatisch besser. Das heißt, das nächste müsste euch noch besserer schmecken wie der. Weil der nächste ist nämlich ein Ur-Dunkel-Natur-Trüb. Schon wieder von Paulana München. Diesmal nicht hellblau, sondern diesmal halt, weil es Natur-Trüb-Urdunkel ist. Mit nicht fünf, sondern gleich Ganze. Hat auch fünf. Habe ich mich verguckt. Habe ich gedacht, da ist jetzt mehr. Ihr seht, die Bewertungen, die fallen auch gar nicht so ausführlich aus. Weil man kann ja nicht einen Sitz hoch loben, wenn man die anderen noch nicht kennt. Also muss man ja eigentlich erstmal alle trinken. Und dann kann man immer noch sagen, dass man sie nicht mehr ans Erste und Zweite erinnern kann. Hauen wir nochmal ans Gläschen. Und mehr ist es auch nicht. Schenken wir mal diesmal. Oh! Russischer Quar! Guck! Diesmal muss ich hier anfangen, weil der Isma hat eben zu viel gekriegt. Da muss man jetzt wieder anders anfangen, damit es wieder an der anderen Seite ist. So, fertig. So sieht es aus. Diese Drecksvase immer. Das schäumt jetzt gar nicht mehr so wie das Erste. Irgendwas ist passiert. Nee, du musst es von der Seite einschenken, nicht von oben. Ja, aber jetzt kann ich nicht mehr von der... Am Anfang schenke ich doch von der Seite, wenn es aufgeteilt ist. Aber die lässt so ein bisschen... Da brauchst du nicht nochmal die Seite an. Erster Baumeister. Da machst du dir doch hier die Titelfette. Also das geht nicht. So, jetzt hier rüber. Zack. Das Beste ist, du trist es dann am Schluss noch und dann haust du nichts dran. Sieht trotzdem aus wie der russische Quar, aber egal. Hier Reagenzglas Cola für alle. So, dass man da das Gesicht vom Isma noch sieht. Prost Jungs. So, auf die Dicken. Das ist das gute Ur-Dunkel. Aber nicht abstoßen, halte den Abstand ein. Auf die Dicken. Prost. Ah, das war jetzt das Schlechteste bisher. Eine bärige Note. Ja, ja, das Schlechteste sag ich doch. Je mehr Prozent, desto schlechter schmeckt's. Genau, haben wir doch eben schon festgestellt. Ich sage auf jeden Fall. Normalerweise geht bei mir Bier runter wie Wasser. Also, schön runter die Kehleöl. Aber das ist keine Kehlenölung mehr. Das ist schon irgendwie Bepanthenölung einschmiere so. Bier runter. Beim Hannes geht immer nur die Hose runter, weil er nämlich heute kein Göttel dran hatte. Da musst du das immer zu festhalten, alle fünf Minuten. Das war auch richtig toll. Das war kein geschmackliches Highlight, sag ich mal. Ja, dann dürfen wir da auch gar nicht mehr so lange uns dann aufhalten. Wir müssen das nächste Highlight suchen. Wir haben nämlich jetzt als nächstes hier dieses HB-Männchen. Hier kannst du rauchen wahrscheinlich. Hofbräu München. Hofbräu Original Münchner Bier. Weil's Stuttgarter Hofbräu kennt. Weil Würzburger Hofbräu ist genial. Da bin ich mal gespannt wie das schmeckt. Gebraucht nach dem Bayerischen, das steht ja überall drauf. Das hat aber jetzt wirklich mehr. Das hat nämlich 5,1. An die Zuschauer. Stuttgarter Hofbräu nicht zu empfehlen. Aber der Bo hat mir Stuttgarter Hofbräu geschickt. Bügelpilz oder... Das war gut, das war richtig gut. Er hat gesagt, es gibt auch welches was schmeckt. Also ist nicht alles so. Es gibt ja verschiedene. HB-Männchen gibt's ja auch. Ja, aber das ist ja kein Stuttgarter Hofbräu. Das ist ja... Deswegen bin ich mal gespannt wie das schmeckt hier. Auch jetzt wollte ich mir das ganze Glas voll machen, so aus Reflex. Ich dachte jetzt, aha, jetzt geht's aber los. Guck, ich mach das doch schräg. Damit wir das nicht so schäumen. Öttinger ist von mir nicht weit weg, 10 Kilometer oder so. Öttinger, Öttinger. Ich dachte echt, das wäre das Öttinger. Öttinger. Die Öttinger. Der Öldünger. So, und die letzten Pfötzelchen, da muss man halt immer nochmal von oben drauf und gucken, dass das so aussieht, als würde man das gleichermaßen machen hier. Denkt dran, 5-1 Jungs. Jetzt müsst ihr die Hose festhalten. Okay, jetzt krieg ich gar nichts. 5.000 Poren. So, das ist das und das sind die. Und deswegen schiebe ich es mal wieder so. Prost in euren Biergarten. Auf die Dicken. Jetzt kann man ja auch mal. Auf die Dicken. Ah, ziemlich gut. Da fand ich einen Kimse aber besser. Mein Favorit war das Kimse, da muss ich nicht stehen. Ja, da sind wir schon zwei. Wer bietet mehr? Ja, das ist schon ziemlich gut. Ich habe Jahre eine Tegernzieher getrunken. Ich denke, das ist ungefähr gleich. Aber jetzt kommt Spaten. Ich denke, ich bin an dem Punkt, da merke ich eh nichts mehr. Das ist das Problem. Das trinken wir schon die ganze Woche. Das ist richtig gut. Erwin wollte bei Ankunft unbedingt ein Bier haben, wenn er kommt. Und da ist wohl eine ganze Palette Dosenbier von dem Spaten her gezischt. Das ist gestern irgendwie dieses eine Palette direkt leer geworden. Also eins wollte er haben, eins Palette ist es geworden. Und dann war es auch schon da. Also eigentlich wissen wir ja, wie das schmeckt. Das müsste man ja vorher jetzt schon sagen. Ja, nein, vielleicht. Kreuzen Sie an. Oh, da ist einer aus dem Balkon gefallen. Das ist wieder viel. Oh, ich habe gar nicht. Mann, Mann, Mann. Das hat nämlich jetzt, der Schutz Martenspaten hat 5,2. Ich sage, es wird immer mehr. Nicht nur im Mund und in der Hose, auch in der Toilette. Und deswegen hat es ja steigende Zahlen. Kubikmeter, ne? Da wisst ihr Bescheid. Erwin, geht es dir gut? Ja, meine Füße sind eingeschlafen, ey. Du klingst, als hättest du einen Löffel Samyang-Soße gegessen. Äh, hab ich nicht. Aber dass ihr kein Tegasee mitgenommen habt, das wunderbar nicht. Kein was? Tegasee? Das hängt man zum Hals raus. Deswegen haben die Kinds ja genommen. Ja, ich durfte es ja nicht mit aussuchen. Ihr habt den neuen Kraft. Ich habe jetzt erzählt, ich habe gedacht, der Kollege hat dann schon auch. Er hat ja auch 10 auf den Tisch gestellt, aber es war schon wieder ein Doppeltes dabei. Und deswegen gab es eigentlich nur noch. Sonst waren es 2 von der gleichen, oder? Ja, dieses Lagerhell hier. Schade. Stand er da immer hier und hat ihr sein Zeug gemacht. Äh, so. Zittern Sie also nicht ab zum Mais. Und so. Ich sage, ich habe das schon so oft getrunken. Zittern Sie. Ich habe es übertrunken, glaube ich. Also ein Spaden vom Garten, würde ich sagen. Hier, peace out. So, auf die Sekunden drauf geht's. Ja, da muss man ja nicht immer so... Immer noch abstarren, Jungs. Das habe ich ja noch nie getastet. Das ist einfach das beste. Jetzt müsste er doch total begeistert sein. Warum kauft er das immer so oft? Also die sind bisher die Favoriten von meiner Seite aus. Und die Kimmen natürlich noch, ne? So, Erwin, wie schmeckt das? Hast du schon mal so ein gutes Bier getrunken? Ähm. Ähm. Das ist immer noch Platz zwei unter dem Kimseherr. Es ist besser, es ist süßlich im Eingang. Leicht herbt im Abgang. Es ist auf jeden Fall ein Bier, was du nicht gleich unterächsen kannst. Und so mit Genuss zelebrieren. Und es ist sehr vollmundig auch. Man schmeckt den Hopfen, man schmeckt die Getreidesorten raus. Den Hopfen muss man klopfen, verstehst du? Und das Getreide auf die Seite. Ja. Und meine Füße sind jetzt pleite, ey. Zum Glück nicht das Getreide in die... In die Seite. Hey, 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 hey. Ja, schauen doch die Kinder zu. Ja, August kommt. Ja, August. Warte mal. Sag doch, mitten im Hochsommer. August, fertig. Ja, August. Dann habt ihr jetzt hier helles Vollbier. Ähh. Augustinerbräu München. Der sieht auch aus wie der Hannes. Der guckt auch so. Und das ist Lagerbier Hell mit. 5, haltet euch fest. Nicht 1, sondern, naja, 2 ist es halt. Da muss man jetzt auch keinen Spektakel draus machen. Und einfach sagen, gib mal hier das Ding. Und dann danke dafür. Und dann machen wir das auch. Und dann machen wir das hier rüber. Und dann... Erstmal hier das. Deswegen habe ich keine Füße. Da passiert mir sowas nicht. Auf dem Handy hegst du ohne Füße kein Bier, oder? Ja, eh. Ohne Füße keine Käse. Doch, kannst du ja kaufen im Laden für 3 noch was. Und dann denkst du dir, ihhh, schmeckt wie Bubble. Kaufe ich nicht mehr. Ja. Haben wir ja auch getestet. Wissen wir ja. Hier guckt ja immer alles. Da wisst ihr ja Bescheid. Ja, das war eine Mahlzeit. Genau. Eine ganze. Tschüss Erwin. Alles gut, mein Füße war eingeschlafen. Der erste ist schon kaputt. Er gibt schon auf. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Aufgeben ist keine männliche Einstimmung. Okay, dann setzt es. Es geht weiter. Es sind ja dann nur noch zwei. Also Jungs. Es geht ja mal wieder. Das ist ja das Hannesbier. Warte, wir machen jetzt drei, zwei, eins. Let's drink something. Broast. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Mir ist die Hälfte einfach nur runter gesabbelt. Aber auch gefühlt habe ich mich auch schon zu bekommen. Bitte? Ist gut im Geschmack. Aber das haben wir doch auch den Tag schon mal getrunken oder nicht? Erst aufgetrunken. Nein. Nicht? Nein. Dann sehe ich es nur, weil da drei Flaschen stehen und deswegen denke ich, das ist das. Aber das ist das nicht. Weil das ist nämlich das andere. Wir haben nur Sparten gehabt jetzt momentan, Nikola, letzten Tage. Sparten haben wir gehabt. Sag sowas nicht. Ich denke, wir haben noch was im Garten verschanzt. Die Gläser sind schon da, aber das Bier muss auch erstmal her. Wir haben nämlich hier nochmal das gute Erdinger Weißwurstbier. Das ist nämlich hier das Erdinger Weißbier. Das schmeckt uns bei Tage und bei Nacht und deswegen ist es dunkel. Wir haben nämlich Privatbrauerei seit 1886. Hier Erdinger, dunkel. Die meisten, die sich irgendwie was mischen wollen, hier Bananenweiß nehmen ja immer das Erdinger. Und das hat jetzt sage und schreibe 5,3. Bei anderen steht es hier unten. Da steht es einfach irgendwo versteckt in dem Text. Das ist so wie, erkennen sie die Zahl. Du musst hier dann den ganzen Text sich durchwühlen, damit du irgendwas erkennst und sagen kannst. Ich glaube wir müssen dann nochmal los und Bier holen für den Abend. Genau. Hä? Jetzt kriegst du am Film. Ach Jungs, ihr übertreibt es doch schon wieder. Mach mal beim nächsten Schnapp noch. Das ist jetzt wieder der russische Knarff. Das ist jetzt wieder ein dunkles. Das hat viel Prozent. Vielleicht ist das Wort nicht mehr. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das Helles ist bei mir besser. Das ist doch erdiger Weißbier. Wie kann ein Weißbier dunkel sein? Das ist ja wie der dunkle Schnee im Sommer, der da runter kommt. Und dann war es doch nur Holz und Kohle. Von den Männern. Jeder führt seine eigenen Gespräche. Habe ich. 5,3 hat er. 5,3 genau. Hannes hat aufgepasst. Hannes kriegt das Bienchen. Nein. Oh mein Gott. Pass auf, es sticht. Oh. Was ist denn jetzt hier? Das haut doch alle. Ach so. Alles durcheinander. So. Das Ding fällt auch gar nicht unter. Das hier jetzt so. Let's drink something oder was? 1,2,3. Let's drink something. Ja, trinkt ihr mal hier euren Spaden und das alles hier. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wie gesagt, dunkles Bier ist keine zu Unterechsen. Das schmeckt den ganzen Magen auf. Das schmeckt aber muffig. Das schmeckt rosig. Wie so ein Muff schmeckt das. Wie so ein Muff schmeckt das. Wie so ein Muff schmeckt das. Das ist ja auch Erdinger. Wie so gesagt, dunkles Waldboden. Es schmeckt erdig. Das Erdinger schmeckt erdig. Wie Waldboden. Aber wie gesagt, dunkles Bier ist eigentlich nur zum Kochen eigentlich gärgig. Meinen auch schon. Ja, meinen auch. Ja, meinen auch. Schmeckt wie aus dem Reagenzglas. Schmeckt wie aus dem Reagenzglas, guck. Das hat den Kontum ja damals getrunken. Das ging gar nicht. Aber einer ist noch übrig. Es war gut, dass wir das Licht aufgebaut haben. Ein Keller wie ein helles, oder? Entschuldigung. In welchem Keller ist es denn bitteschön hell? In dem vom Ramm ist es, weil der hat ein Licht aufgebaut. Hier hat der Himmel der Bayern. Wir haben ja vorhin schon mal hier ein Hack-Up-Shore gehabt. Wundert mich, dass ihr nur zwei Hack-Up-Shore-Sorten hattet. Wir haben nämlich den Hack-Up-Shore gehabt. Das Münchner hell. Und dann haben wir den Hack-Up-Shore gehabt mit dem Kellerbier. Da ist, bei dem war ein Haus und hier ist der, der in dem Haus wohnt. Der Hack-Up-Shore. Der Hack-Up-Shore. Der Hack-Up-Shore, genau. Das ist jetzt das Größte. Oh, haben sie sich erschreckt. Das ist jetzt der Hack-Up-Shore mit 5,5. Kellerbier. Da müsste man eigentlich nach runter gehen. Achso, wo willst du? Hannes, machst du es mal auf. Der Ace-Word hat ja die Hand kaputt. Du sitzt hier. Das ist wie das einfach. Oh. Wo ist der andere? Da musst du aber jetzt mal das vergleichen mit dem. Weil da, das habe ich gefragt. Ja, der Ace-Word hat ja auch keine Hände. Wahrscheinlich hat es im Kellerstand und deswegen mehr Druck drauf ist. Das ist es vom Keller. Der hat keine Füße und der hat keine Hände. Ja, der Rest ist eigentlich egal. Wenn Stagbizze Stagbier-Tasting machen. Ja, aber Stagbier-Tasting. Ja, Mann. Aber das wo reinknallt dann. Da musst du ja wieder Elephant mit Faxe tasten. Boah. Das haben wir mal gehabt. Echt? Zehn Prozent. Ein Liter Dose. Echt? Ich kenne Elephant und Faxe. Elephant 10,5. Aber da gibt es doch die schwarze Dose, ne? Ja. Die schwarze Dose. Zehn Wurzeln. Achso, das habe ich nicht gesehen. An der Tange wird ja immer geholt. Die schwarze Faxe haben wir gehabt. Nein. Nein. Was hast du eigentlich mit dem Auge gehabt? Ja. Auf der Toilette haben wir es so gemischt. Ja. Ja. So. 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 Ich glaube in dieser Flasche aber am meisten drin. Hier sind die Gläser am vollsten. So wie es ausschaut. This is the last beer so. Ja man. Das ist wenigstens halb dunkel. Wie heißt das? Mitteldunkel? Hahaha. Wer weiß noch was es für ein Bier ist? Kellerbier. Von? L. München. Huckabshore genau. Fertig. Das meine ich ja. So. Prost. Let's drink something. Und dann Prost. Und lasst es euch gut schmecken. Guckt euch nochmal die Gesichter an. Die sich ja alle konsumieren. An diesem schönen Augustiner Sommerabend. Mitten im Hochwinter. Ja. Es ist Januar. Schnee ist weggetaut. Weil wir so heiß sind. Dunkel und hell sind nicht. Dunkel und hell. Sehr bekömmlich. Muss ich sagen. Sehr herbst. Wenn es rum. Ah ja. Aber ich stelle euch jetzt einfach hier nicht egal. Wenn wir es mal ehrlich sehen. Das sind hier die drei Fläschle die übel sind. Ah. Verstehst du? Das war jetzt aber Puh. Das war Puh? Du? Ich riech dann gern Kellerbier. Killerbier. Killer Kellerbier sozusagen. Hat was. Frischte Note. So jetzt das Fazit. Komm erzähl mal. Soll ich anfangen. Fazit so. Welches war deine Lieblingssorde jetzt? Also ich muss erst mal sagen. Von den ganzen Bier fand ich schon mal. Das war nicht schlecht. Der Hagab Schor Hell ist das. Das war nicht schlecht. Das Hofbräu Original. Das und das. Spaden und das Lagerbier Hell mit dem Hannes drauf. So. Und das konnten wir auch trinken. Aber das war eher so in der Mitte. Cool. Also ich würde so sagen. Die zwei sind so auf Platz eins so. Das so auf Platz zwei. Und das so auf drei würde ich sagen. Das. Das ist meine Meinung. Da. Ja. Also mein Fazit ist immer gleich geblieben. Und immer konstant. Chiemseer. Mein absolutes Lieblingsbier im Moment. Kann man trinken. Man kostet Kast mal netto auch nicht so viel. Gerade im Angebot glaube ich sogar. Auf jeden Fall sehr gut. Kann man zu jedem Essen trinken. Zu jeder Gelegenheit. Wenn du mal Bock hast mit deinen Kumpels einen Wein zu löten. Hier gibt dir Chiemseer. Bist du alleine. Gibt dir Chiemseer. Hast du eine Freundin. Gibt dir Chiemseer. Also Chiemseer auf jeden Fall. Von den Weizen her fand ich das leicht. Also das am Anfang. Wenn da noch eine Zitronenscheibe drin gewesen wäre. Die hätte ich gesagt. Ein geiles Kristallweizen. Oder eine Ananasscheibe. Oder wie auch immer. Kann man auf jeden Fall Kristallweizen draus machen. Und die ganzen anderen dunklen Weizen. Muss ich sagen. Also die fand ich jetzt nicht so raffiniert. Also kann man zum Kochen her nehmen. Aber zum Bier. Zum genüsslich beisammeln sein mit seinen Kumpels. Jetzt da. Nicht zu empfehlen. Und sonst. Was haben wir noch gehabt. Das Hackabschor. Das helle. Das war ein helles. Von Hackabschor. Alles Weizen. Ja. Das Münchner Hell war von Hackabschor. Und das Hellerbier das letzte. Das Münchner Hell war auch gut. Und das Kellerbier. Und das Hofbräu. Das war auch gut. Weil das Kellerbier. Das war kein Hacker. Weil ich eh Kellerbier fand und so. Super. Weil da gibt es ein richtig geiles. Das ist von Zirndorf. Von Zirndorf. Das Kellerbier aus Franken. Das ist auch sehr empfehlenswert. Und das halt wirklich auch. Kommt fast hin. Und Kellerbier. Weil ich Fan davon bin. Auch ab und zu. Aber halt. Mein Favorit. Auf jeden Fall. Ich glaube. Eine ausführliche Meinung. Du willst abstimmen. Du sagst. Das Bier wo du drauf warst. Das ist das Beste. Ne. Ich sag einfach. Die ganzen hellen. Also. Die ganze helle Reihe. Alles. Alles gut. Weil die mag ich sehr gern. Der Höherste. Den kannst du alles. Das erste auch. Das Isarweiße. Das ist ein Weißbier. Das mit 3,4,8. Das ist weiß. Das ist nicht hellart. Ich blick doch da nicht durch. Dann gibt es. Also das Tegerns. Äh. Das Chiemseer. Der Spaden. Das Augustiner. Ähm. Hofbräu. Ja. Das Hofbräu noch. Das sind helle. Und die. Das sind halt meine Favoriten. Der Rest. Ähm. Die dunklen. So wie er gerade gesagt hat. Äh. Sind eigentlich. Für mich. Nur zum Kochen geeignet. Und. Ja. Der Rest. Ähm. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Das seht ihr. Sehr ausführliche. Detaillierte Beschreibungen. Eine 3 Biersomme hier. Sommelias. Und hier. Das ist jetzt die Ausbeute. Wenn ich das abgebe. Und in der Apotheke. Da kann ich mir dann dafür. Wieder einen 1 Euro Artikel aussuchen. Oder. Oder wir gehen an die Isar. Und geben sie ab. Und kriegen dafür wieder welche. Genau. Genau. Du kriegst ja Bier. Wenn du Bier abgehst. Sag doch mal deins. Was du am besten fandest jetzt. Ich bin. Mein Name ist Johnny Knoxville. Und das ist der Biertest. Mir haben alle geschmeckt. Ich fand die gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern an die ersten. Das letzte war gut. Das erste hat mir geschmeckt. Zwischendurch hat es geschmeckt. Ich glaube. Der Ramses ist kein Biersommelier. Der trinkt einfach jedes Bier. Das war es von meiner Seite aus. Peace out for out. Euer Ramses. Welches fandet ihr davon am interessantesten. Vielleicht vom Namen her. Vom Etikett her. Von irgendwas her. Oder welches kennt ihr sogar. Schreibt es mir in die Kommentare. Der Erwin hat keine Füße mehr. Der Isar hat keine Hände mehr. Und der Hannes. Der hat sein Gesicht verloren. Das hängt jetzt hier auf dieser Flasche. Guck. Und deswegen würde ich sagen. War es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ein Peace out for out. Euer Ramses. Euer Ismo. Let's drink something. Euer Erwin. Euer Jean Reno Hannes. Ne. Chillig. Noch kurz. Wenn ihr in München seid. Testet mal die Biere. Und schreibt mal hin. Was euch am besten geschmeckt hat. Wow. Wenn ihr in München seid. Klingelt mal beim Hannes. Und rennt weg. Bis der unten ist. Habt ihr eh schon wieder den nächsten Laden erreicht. Genau. Das könnt ihr den ganzen Tag machen. Das ist dem egal. Bis zum nächsten Mal.